Ich möchte euch jemanden vorstellen. Das ist mein Sohn Jakob. Ich möchte euch was vorstellen und zwar Biti. Und Biti unterstützt mich, wenn du nicht mehr atmest, dann muss ich dich nämlich reanimieren. Aber Jakob, woher weißt du eigentlich, wie schnell du drücken sollst? Tja, an der Seite gibt es einen Knopf, den kann man hochschieben und dann vibriert das in dem Takt, wie ich bei dir hoch und runter drücken muss. Und woher weißt du, wo du drücken musst? Na, das ist doch ganz einfach. Da ist doch ein Bild drauf. Daran kann man es ganz leicht erkennen. Zwischen den Brustwarzen in der Mitte. Zeigst du uns das denn auch gleich nochmal? Erstmal muss ich den Oberkörper freimachen. Und jetzt lege ich Biti direkt zwischen die Brustwarzen. Erstmal lege ich den Handballen auf Biti und dann gehe ich mit meinem ganzen Körpergewicht drauf und drücke so doll, dass es piept. Du möchtest mehr wissen? Mach das Herzrot und das Plus weg. Clemens hilft. Sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020